Mein Name ist Ronald Ibisi, ich bin Viva-Moderator der ersten Stunde und TV-Produzent. Ich möchte in den nächsten zweieinhalb Minuten eine sehr effektive Art der PR und Kommunikation vorstellen. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Drehpoint ist ein Projekt der WebSale GmbH mit Lizenz der App2Media AG in der Schweiz. Drehpoint ist eine vollkommen neue Kombination von drei Fachgebieten. Das erste Fachgebiet ist die TV-Produktionskompetenz. Wir erstellen für Ihre Firma einen Imagefilm, den heute jede Firma benötigt, um in kürzester Zeit Kunden, Interessenten von ihren Produkten oder Dienstleistungen zu informieren. Wir erstellen Ihren Film in Full HD, das bedeutet in absoluter Fernsehqualität. Diesen Film können Sie auf Messen, im Fernsehen und auf Ihrer Internetseite benutzen. Wir bereiten Ihren Imagefilm so auf, dass Ihre Botschaft jeder versteht. Die Programmierkompetenz. Die App2Media AG entwickelt seit Monaten an der Movie2App-Technologie, die wir für Deutschland erfolgreich und exklusiv lizenzieren konnten. Wir integrieren Ihren Imagefilm in eine App. App. Das Wort ist relativ neu im Sprachgebrauch. Deshalb erkläre ich kurz den Begriff. Eine App ist ein kleines Programm, das Sie auf Ihrem mobilen Gerät installieren können. iPhone, iPod, Tabloid-PC, iPad, all diese Dinge. Diese App trägt einen von Ihnen gewählten Namen und kann aus dem Netz geladen werden. Es gibt im Grunde genommen zwei verschiedene Stores, aus denen man die Apps bekommt. Das eine ist zum einen der Apple Store, wie der Name schon sagt, für Apple-Geräte. Auf der anderen Seite gibt es den Google Store für alle Geräte mit dem Android-Betriebssystem. Drehpoint ist moderne Kommunikation zum sprichwörtlichen Anfassen. Wir bringen es auf den Punkt.